Jawoll! Jawoll! So, jetzt leckst du richtig. Sander war wohl nicht Lightning. Ja, 175 ist echt billig. Und den nächsten Lightning-Zepter. Scheiße. Panzerabwehr bekommen. Oh, da fliegt eine Kanate. Der weiß ich nicht mehr geschickt aus. Da fliegen Bossis. Die hole ich geschickt vom Himmel. Und dann fliegen jede Menge Kanaten. Yes, ich hab sie wirklich runtergeholt. Ich sag's an und hol sie runter. Uh, ich hab's... Bist du der Light... äh, Wingard? Ich bin der Lightning. Okay. Der hier vorne Amok fährt. Und jetzt Darkin das sich hat und darum nicht wegkommt und wahrscheinlich gleich tot ist. Warum killt eigentlich keiner diesen Scheiß, äh... Dark? Er wollte wieder Dark beleidigen. Nein, ich mein Sandi. Alter, was haltet der aus? Was? Jetzt aber. Ab ihn. Sandi down. Jetzt brauche ich Reparatur, aber ganz trügig, zügig. Ganz trügig, zügig. Ja. Ja. Ich hab ihn so, ich hab endlich den Sandi gekillt, wo offen war. Was jeden ganze Zeit nicht zustande gebracht hat. So, das wird lang. Äh... Fahrten von mir. Nummer 10. Ah, Husada. Mach mal den Scheiß-Panzer weg. Fahr weg. So, wir haben den Angriff jetzt glaube ich dementsprechend abgeschlagen. Was jetzt endgültig abgeschlagen ist. Ah, da ist immer noch ein... Nein, da war nur ein Schild. So, sie sind weg, wir können pushen. Oh... Nein, wir können nicht pushen. Ah, doch, die Straßenkampf jetzt eingehen. Den sind wir schon lange eingegangen. Ja, ich komm ja jetzt auch. Aber der heißt unser Ende bald. Warum? Wir haben noch ne halbe Stunde. Der Straßenkampf heißt unser Ende. Ach so. Du bist so schwer vom Begriff, ne? Vielleicht mach ich das absichtlich? Ne. So viel Dummheit kann man nicht mehr unabsichtlich, hier absichtlich vortäuschen. Die muss unabsichtlich sein. Ha 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 ha. Ja? So, das sei jetzt vorgetäuscht. Jetzt hattest du mich verstanden. Ihr macht's einfach verkehrt. Ihr müsst einfach hier auf den Berg hoch, oder auch nicht? Jawoll! Jawoll! Du hast die Lipp? Ich hab die Lipp. Die hätt ich auch grad getrafft, du Pisser. Das haben wir die Lipp. Drei Kill, Dreier Kill und ne Lipp. Ich hab die Lipp runtergeholt. Boah, das war viel geskillt. Äh, ich hab's aber auf Video. Ich hab's auf Video. Wow. Meinst du auch auf Video? Nein, ist es nicht. Doch. Warum? Weil's oben rechts weg stand. Was? Ja, Töne, die Kill steht oben rechts weg. Achste. Und dem Moment, wo ich gesagt habe, ich hab die Mossi steht da oben, dass ich mit meiner Hanza Waffe ein Kill gemacht hab. Oh, das machen wir mal die Spionne da oben runter. Ah, ich hab's aber glaub ich auch mit aufgenommen, ich hab dich hier gesehen, aber scheiß hin, bis hier, das ist nicht gut. Nein, nicht runterfahren, nicht runterfahren. Aber ich glaube, ich komm hier aus diesem Scheißloch nicht mehr hoch. Aber ich hab... Bist du auch hier? Ne, du bist es nicht mehr, jetzt informiert. Ich bin in irgendeinem anderen noch gelandet. Fuck. Irgendwann so neben der Straße ist so ein bisschen abgekommen. Fuck. Da suche jetzt ja die Gegner von hinten zu rape, ne? Von hinten. Ja, aber zu rape, ne? Zu rape, ne? Oh, du Drecksache. Fuck, ich komm nicht weiter hoch. Guck mal, braucht der Reparaturwesen das? Bleibt doch... Bei mir könnte man den Seen-Nieber von hinten rape. Das wird, glaub ich, kein Mensch sehen. Oh, jetzt hab ich schon den ersten Gegner-Panzer vor mir und... Was, Kido? Ja, ich hab' ich um ne Millimeter verpasst. Mist, ich komm nicht hoch. Hier, auch noch. Hä? Komm nicht hoch, ich komm nicht hoch. Nein, ich bin nicht runter, ich will nicht runter. Nein, 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 nein. Hm, jetzt bin ich wieder unten. Ich sollte flack werden mit meiner Panzerwerfen. Aber du brauchst... Die nächste, die angeschossen, die brennen. Du brauchst nur zwei Schuss mit der Panzerbrecher. Du brauchst nur einen Schuss und sie brennen. Ja, sag mal... ...Must Tito kill. Ja, ich hab's ja wieder weggeholt. Du musst sie nur anschießen. Wenn die irgendwo in der Luft sind, schaffen die es nicht mehr rechtzeitig zu reparieren. Die haben dann nur so sieben Sekunden oder so. Nein! Jetzt bin ich schon wieder raus. Wär ich bald in das andere Loch reingefahren. Ah, fuck. Zu langsam gezählt. Gell? 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 Oh, Wackers. Wackers ist wieder weg. Markus hat sein Mikro nicht aufgeladen, ne? Ja, das passiert in jeder Auflage irgendwie. Ist halt ein Lappen. Ja. Passiert halt. Jungs, wie wär's wenn wir fahren mal vor? Ne? Ja, ich bin grad vorgefahren. Oh. Ich hab ne Mine gefunden. Hafen Brawler killen. Nemesis killen. Moskito killen. Moskito killen. Killen. Lightning kill. Oh ja, war ne erfolgreiche Runde. Lightning kill. Kill. Vier kill. Vier kill ist, oh Gott. Wo ist mein Lip kill? So. Nächster Lightning. Ja, den Lip kill hast du nämlich gar nicht gemacht. Bin ich mir fast sicher, dass ich den gemacht hab. Ich hab drei Tote gekriegt, also. Drei Tote gleich? Uh, das macht deine Karte ja aber kaputt. Ich hab drei getötet, so rum. So, gleich die nächsten Lightning hier aus der Einfahrtschleise. Das ist echt so. Ich kann hier unendlich Lightning ziehen. Der eine wird zerstört, der nächste wird geholt. Fisch. Wer der Abwitz immer die Islami-Annahme auf Befehl-Channel-Spiel, das bringt einen echt was. So, erstmal den Gug-Gun-Putz-Gun-Platon-Shigins gegenüber. Der radikale Russe. Und tschüss. Einer hat sich wieder verabschiedet, dann, äh, Markus. Delta. Ja, ich bin der Bravo, Junge. Ich bin der Bravo. Äh. Oh, bin ich schlecht. Ja. Jetzt gehört was. Genau. Und das Spawn-Beacon macht man natürlich auch nicht kaputt heute mehr, oder wie? Oh, wow. Das ist natürlich der eigene. Oh, bevor er wieder beliebt hat, denke ich mir mal, mach mal weg. Wow. Oh, oh, oh. Ich wollte die Bossi haben, warum macht die Selbstmord zur Hand und nicht einfach dagegen. Wieso, war es ein Flugzeug? Ja, die Bossi ist einfach nur gegen uns flogen und explodiert. Oh, wir verlieren den A-Punkt. Ja, ein Infiltrator. Ja, ein Infiltrator. Komm, scheiße. Ja, ein Infiltrator. Alle die Panzer sind bleiben im Panzer. Ich will, äh, Markus, wenn du Zeit hast, brauche ich dann einen In-Ski. Ich will die Mossis jagen. Also, wenn ich tot bin, also gleich. Oh, pass auf, Max auf dem Berg. Geoschinski zum Gruppführer, bevor er dann da noch einen drauf. Wunderbar. Damit haben wir auch Delta offen, Leute, offiziell. Aua. Oh, schon wieder der eigene. Ich glaube, ich spinne. Das Spiel muss umgenannt werden. Wer schießt, am wenigsten ist der eigene. Da müsste es Punkte für geben. Keine Verbündeten. Genau. Und Negativpunkte für die, wo Verbündete abknallen. Ja, Negativpunkte müsste das nicht weggehen. Doch der ist, what? Explodiert und auf einmal... No. Whoah, wie gold turned it? Wo hin oder der Hurensohn? Los. Wenn du mal in Schuss rein fährst. Jetzt ist es bei Markus... Oh, das ist gerade geleckt. Ich hatte volles Leben und auf einmal bin ich tot. Sack geleckt. Ich habe die dreimal in den Rücken geschossen. Es hat geleckt. Er wollte nicht schärfen. Ich habe nicht einmal geschossen. Ich habe einmal geschossen, Werner. Jogi, das hat so viel Damage. Es geht nicht um einmal. Ich habe nicht einmal geschossen. Ich habe nur einmal geschossen, Werner. Ich bin nicht mal. Dann gehe ich mir den nächsten Lightning. Ich habe ja schon wieder alle Punkte dafür drin. Das dauert ja immer nur drei Minuten. Naja, Durst verdient. Ey, komm, ich gebe dir gleich Durst verdient. Ich spreche nicht gleich in die Luft. Ganz aus Versehen. Okay, Leute. Jetzt kommt der A-Point zurück und dann werden wir über die Straße gehen. Die Straße ist jetzt ge-cleared. Ja, eben. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen über die Straße gehen. Ja, Futur, viermal weiter die R hier. Ich gebe dir noch mal Support. Dings. Hier Embo. Ja, das war Reparatur wenn du verkehrt. Ja, ja, mache ich doch. Danke. Ich drücke die Luft zurück. Oh, das ist ein Panzermin. Ich schieße weg. Hab ich. Wenn die Luft mal weg ist, ist es viel einfacher. Boah. Jemand hat mir schon wieder in den Rücken geschossen. Markus. Nein, ich bin ganz vorne. Hast dich zurückgetreten und hast ihn in den Rücken geschossen. Yo. Alter, was die Luft haben. Ja, da kannst du gut fahren mit hier.